Lege oder setze dich bequem hin, genau so wie es dir jetzt am besten dient. Entspanne deinen Körper, lasse ihn weich werden. Atme noch ein paar Mal entspannt ein und aus und der Geist, energetisiert, wird ruhig und still. Lege nun eine Hand auf dein Herz, wenn du möchtest, die andere auf deinen Bauch. Sei ganz präsent, sei wach, sei ganz offen in deinem Herzen. Diese Praxis wird dich dabei unterstützen, dich selbst als wundervolles, göttliches Wesen, das du bist, zu lieben und zu akzeptieren. Mit all deinen Schwächen und all deinem Licht. Vielleicht erinnerst du dich an eine Situation aus deinem Leben, in der du nicht gut zu dir selbst auf irgendeine Art und Weise warst. Vielleicht warst du unfreundlich zu dir oder hast dich stark kritisiert für etwas. Oder vielleicht fallen dir ganz spontan Gewohnheiten ein an dir, die du nicht magst. Vielleicht, dass du zu viel schläfst oder zu wenig. Zu wenig Sport oder was auch immer dies für dich persönlich jetzt sein mag. Du darfst jetzt einen Schritt auf dich zu gehen und all dieses annehmen. Stell dir vor, dass du deine beste Freundin oder dein bester Freund bist, der liebevoll zu dir spricht. Stell dich zunächst gedanklich in ein helles, weißes Licht. Dieses Licht dringt von deinem Scheitel aus in dich ein, in deinen ganzen Körper. Dein gesamter Körper ist von einem weißen Licht durchdrungen. Spüre die Wärme dieses Lichts in jeder Zelle deines Körpers. Und mit einer Hand auf dem Herzen sage dir laut oder gedanklich, obwohl ich nicht fehlerfrei bin, akzeptiere ich mich. Ich verdiene es, glücklich zu sein und liebe mich. Trotz all meiner Schwächen kann ich lernen, mich zu lieben. Mit jedem Tag kann ich mich weiterentwickeln. Atme noch einmal tief in deinen Bauch ein. Nimm mit jedem Atemzug Licht in deinen Körper auf und spüre die Wärme deiner Worte oder Gedanken tief in deinem Herzen oder wo auch immer du sie gerade spüren magst. Als nächstes sage dir, ich bin bereit loszulassen und mich so zu lieben, wie ich bin. Ich bin bereit, meine Schwächen zu betrachten, ohne dabei an mir selbst zu zweifeln. Mein Herz ist leicht und frei von unnötiger Last. Und nun beim Jede ... Wir spüren die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020